Immer mehr Menschen suchen nach anderen Wegen, Wegen, die frei sind von Methoden, Unterordnung oder gar Zwang. Immer mehr Menschen fühlen auch den Unterschied, diese Art der Verbindung. Und heute kann ich dir wirklich sagen, wenn wir diesen ganzheitlichen Weg gehen, alle Aspekte, alle Facetten beleuchten und uns ansehen und uns dem zuwenden, und uns auch der Achtsamkeit zuwenden und die Dinge bewusster gestalten. Und natürlich, dass das wirklich für das Pferd von Natur aus verständlich ist, ja, so erhalten wir ein riesengroßes Geschenk. Denn diese Art der Verbindung ist nicht geknüpft an Üben, an Kontrolle und an das, dass wir immer wieder wiederholen und ständig diese Muster wiederholen und bekräftigen, damit das Pferd lernt. Nein, es ist daran geknüpft, dass wir eine natürliche Beziehung aufgebaut haben, die beiderseits auf Authentizität und...